Yo, yo, was geht ab? Ich bin mir back am Start und heute spiel' ich jetzt CSGO! Ich spiel' natürlich nicht allein CSGO, heute spiel' ich jetzt CSGO mit dem lieben... Mit dem Profi CSGO-Spieler 9000, oder? 9000? Over 9000, Alter! Okay, gut. Heute mal dem lieben Kirex! So, so bist du! Erst kommt der Loot, beziehungsweise ich hab' ihn heute, nee, gestern... Ja, 0 Uhr ist kritisch, sagen wir mal heute oder morgen beides, äh, gestern. Aber hat er sich CSGO geholt? Das kann ich mir auf mir aufgelassen. Ich natürlich als Profi CSGO-Spieler muss, da muss er natürlich fertig machen, weil das anders geht nicht. Jetzt kann ich sein, dass du einfach hier... Ja, ich mach' das gut, oder? Man, du! Man! Mach' ich gut, oder? Heute machen wir so'n Best-Off daraus. Hoffen wir, es wird irgendwie... Ist doch nicht wahr. Alter! Dein Kopf ist viel zu klein, du bist viel zu hohl! Ohhhh! Dein Kopf muss größer werden, damit ich mich besser treffen kann! Okay! Lernst du bitte für mich mehr? Weil ich versendet. Ähm, mach' ich! Ähm, mach's sogar! Dankeschön, ich bin sehr stolz auf dich! Ohhhh! Ich hab' dich noch getroffen, 9 in 1, will ich verarschen! Ja, ich hab' dich getroffen, ich! Ich hab' dich getroffen, 9 in 1! Äh, geh' mal kurz noch mal zurück, dankeschön! Ey! Nix! Was war da los? Was war da los? Oh, ich glaub' am Anfang so'n Disclaimer von mir sogar gesehen. Äh, ja, Safety ist nochmal ein Priority. Anblick, dass es hier als ein Spiel, das gewalt, äh, gewalthaltige Inhalte inhaltet. So, Brecher als Fakus, reicht das schon wieder? Super, bist schon mal runtergefallen? Heute, Spiel Match, wie lange spielen wir das? 5, 6 Minuten, wenn ich jetzt zeigen kann, was für ein üblicher Profil natürlich bin in CSGO. Seht ihr auch schon hier? Ich bin echt top! Muss ich was anderes spielen. Ja, top, top, easy, 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 peasy, lemon squeezy. Oh Gott, da war wieder ein Loch, aber... Oh Gott, bitte helfen Sie mir. Ich glaub' ich bin ja etwas AWP, AWP ist super. Ich bin im Gefahr. Hey! Hey! Alles gut! Wow! Wow! Such an amazing thing! Oh, was hol' ich mir jetzt? Ich nehm' mir jetzt einfach das hier. Hey, hey! Hä? Wo bist du immer? Hey, Tatiya! Ja! Du bist genau hinter mir, vor mir gespielt! Ah! Ah! Habe ich jemand gesehen? Oh! Ah! 4HP! 4HP! Ich glaub' das schaffst du schon, oder? 4HP! Irgendwas muss das schon reißen. Ich hab grad was gesehen. Scheiße! Egal, ich bin wohl schon AWP, weil ich bin natürlich Profi-ABP. der Spieler. Wo bist du? Hahahaha! Ja, scheiße! Das war an. Du musst uns im Video schauen fahren. Wie scheiße es aussah! Wirklich? Ja, sowas! Oh Gott! Was? Wie? Fällt einfach gut. Was kennst du heute hier nicht? Es ist blutig, was du... Ich dachte grad, du hast das Blut. Hast du was gespürt? Spüren sie dir etwas? Was? Aber wir haben die bis jetzt... Aaaaaaahhhh! Aber wir haben die bis jetzt... Aaaaaaahhhh! Aaaaaahhhh! Oha! Bitte! Bitte! Oh! Alter! Das war ganz schön knapp. Ey, warte so, jetzt geht's jetzt erstmal... Jetzt wird rasiert, Bruder! Jetzt wird schon mal hart rasiert, alter! Ach, scheiße! Ach, scheiße! Ach, scheiße! Ach, ich möchte jetzt zweimal Zeitblut haben. Buhh! 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 Wie könnte ich zweimal verfehlen? Was war's da? Ja, okay, ist was scheiße jetzt von dir? Yeah! Ich kapier's nicht. Egal, gut, dann spielt auch SSG, no score of easy, komm her! Wie komm ich hier raus? Achso, okay. Komm los, Gott! Ich... So, der hat's hier? Oh, Gott, sie lecken! Sie lecken! Sie lecken! Sie lecken! Sie haben geleckt! Ach, wirklich? Ach, wirklich? Nein! Bild ich mir nur ein! Das hab ich gemerkt! Schauen Sie sich mal bitte hintersehen! Mein Internet mag anscheinend nicht CSGO! Ey, scheiße! Ey, ich will raus! Lolaus, bist du tot! Du leckst bei mir, du inkompetentes Etwas! Was? Was? Das werd ich in meinem Replay sehen! Pfff! Das ist, kommt in meinem Replay rein! Ach, du heilige! Du hast nur 100 Everpink! Sir! Ey! Ins CSGO haben sie ja 100 Everpink! Mann! Wirklich? Ne, tut mir leid! Bild ich mir auch nur einen! Ich glaub, sie lecken! Tut mir leid! Mein Fehler! So! Wie halt ich die Waffe jetzt? Wie halt ich die Waffe? Guck mal, der guckt die sich schon an! Geil! Was? Ja, das hast du auch schon entdeckt! Das ist wunderschön! Kann ich auch machen! Oh, das ist sexy! Ey, das gibt's nicht! Wie schnell der mich einfach immer... Ah! Wecky, wecky, wecky! Das war sowas von hart! Das war sowas von hart! Das war sowas von hart! Sprinten, ne, oder? Ne, Sprinten geht nicht! Normal laufende Sprinten! So, wenn ich mir schon wieder verfehlt habe! So! Bitte bei mir muss mehr stehen! Wo ist der denn jetzt hier? Da fang ich grad bei dir! Wo bist du denn? Da! Oh Gott! Da hab ich was gesehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy shit! Holy shit! Holy moly! Hab ich grad jemand gesehen? Komm sie! Oh! Bist du! Messer! Wie geht das? So geht das! Du machst sowas weg! Wo ist der liebe Lolli hier? Da bin ich! Tatsache! In der Luft, Bruder! Okay, ist okay! Tschüssi! Okay! Ich weiß gar nicht, ob ihr im Fleck... Vielleicht seht ihr schwarze Balken? Alle Leute, die im Fleck ein 21 zu 9 Monitor haben! Herzlichen Glückwunsch! Ihr könntet es in Fullscreen sehen, die anderen zu 16 zu 9 Monitore haben! Wir sehen, glaube ich, ein paar schwarze Balken! Tut mir leid! Aber das Ding ist, äh... Ja, ich kann nur in CSGO 4 zu 3 spielen! Weil ich spiele seit knapp 4 Jahren in 4 zu 3! Und das Ding ist, mein liebes Aufnahme, meine liebe Elgato, kann nur 16 zu 9 aufnehmen! Aufnehmen bedeutet, ich muss auch beim zweiten Monitor... Oder beim... Ja, eigentlich Erstmonitor! Aufnehmen bedeutet, der ist ein 21 zu 9 Format! Bedeutet, ihr seht, wenn ihr kein 21 zu 9 Monitore habt, eigentlich schwarze Balken! Mann! Wieso? Ja, wieso ich so gut bin, ich bin einfach besser als du! Ganz easy, easy! Ey, du brauchst es so lange, bis du mal stürzt? Oh, witz! Ja, ich hab... Du musst mir mehr Schaden machen! Witz! Okay, akzeptiere ich jetzt nicht! Mann, der Chefkopf ist viel zu klein, Bruder! Irgendwas, wo bist du? Bam! Oh Gott! Habe ich... Hab ich blittet? Mann! Ich mach halt Headshots! Das war halt... Wärscheiß-Shot! Ich... Ich treff dich jetzt... Ich treff dich nicht am Kopf! Der Kopf ist schon etwas kleiner, musst du halt besser treffen! Der Kopf ist auch schon! Vertrauen mir! Wenn du auf den Kopf ziehst und abdrückst, dann machst du den Headshot! Das weiß ich! Das wissen sie! Also... Oh, Seherat! Im Chat... Krakau... Gruppenphase beginnt! Schön, dass ich darum informiert werde! Aber da haben wir kein Interesse! Besteht ihr euch grad verschissenes Video auf dem CSGO? Kein Interesse! Ja, Nick! Will mir sagen, noch zwei Minütchen! Wer zuerst den Score von 333 hat, hat gewonnen oder drüber? Bist du bereit dafür? Ja! Easy! Ich bin eh! Naja, das weiß ich! Mein Meister! Hä? Du hast du auf einmal dort? Ich hab gar nicht die ganze Zeit dort! Hä? Wohl! Ja! Ich geh' nicht! Also... Tschüss! Nein! Aber... Wie sagst du eigentlich so viele Punkte? Weil ich dich öfter getötet habe! Wohenkirbel bekommt elf Punkte! Aber meine Schatz war noch geiler, oder? Das geht aber nicht nach Galatz, aber nach... Das... Hier geht's nach Qualität! Und hast du so einen automatischer, der automatisch auf meinen Kopf zieht? Äh... Ja, sowas sagt man... Maus und Reaktion! Das kenne ich nicht! Tschüss! Ey, das gibt's nicht! Ich muss erst mal zielen, bevor... Ja, ich ziele! Ich ziele auch! Ich glaub sie... Ja, ich drück' erst mal Rechtklick und dann... Ja, ich auch! Ich mach's genauso! Ach so, da unten! Mäh! Wann ich übersehen? Oh Gott! Ich mal getrunken! Ja, also... 333... Oh Gott! Mäh! I don't stop! Oh! Wie geht's? Oh! Oh! Wie geht's? Rechtsklick vom Hersteller ist linksklick! Und dafür kannst du linksklick auf der Drücke! Also... Das macht wirklich schon Spaß, oder? Oder nicht? Das macht auch sehr viel Spaß! Oh! Ein Kill noch! Ein Kill auf der Drücke 333! Und da vorne unten ist mein Kill! Hast du nicht! Hast du nicht! Oh! Ich hab' gewonnen! Nein! Zwei AP! Äh... Zwei Punkte noch! Oh, zwei Chickens, Alter! Kriegst du nicht! Kriegst du nicht! Natürlich! Wieso? Das war's! Wir können sie hier unten verlinkt! Falls ihr wieder auf dem Sehen wollt, unsere CSGO-Action! Vielleicht auch mal Matchmaking! Schreibt's unten in die Kommentare! Bis zum nächsten Mal! Hau'n rein! Jaaa! Adalini! Lief dich! Ich lass mich die Daumen kommen! Ja! Bye-bye! Bye! Bye-bye! Bye-bye!